Jo Leute, was geht? Willkommen hier zu einem neuen Cryptocurrency-Video, ihr hört auf an dem Kanal und ja Leute, heute gibt es mal wieder ein Video zu eurer Mittagspause, denn wir hatten einen unglaublichen oder einen wirklich wunderschönen Morgen bei allen Kryptowährungen, vor allem Bitcoin mit einem Anstieg von ganzen 15%. Ich hatte ja gestern im Video angesprochen, dass es momentan tatsächlich so aussieht, als würden wir hier aus diesem Triangle nach oben ausbrechen und da habe ich ja auch gesagt, dass es dann mehr als wahrscheinlich ist, dass wir noch die Resistenz bei 4200 und auch bei 4400 Dollar durchbrechen. Nein, nicht nur das Leute, wir haben mit diesem Pump, der dann gefolgt ist, sogar die 4800 Dollar Resistenz durchbrochen und sind tatsächlich hier erst bei den 5200 Dollar tatsächlich gescheitert. Das Ganze ist wunderschön, ein Kollege von mir hat tatsächlich sogar gecallt, dass die 5000 Dollar bei Bitcoin erreicht werden, ansonsten, bevor wir jetzt auf diese ganzen Videothemen zu sprechen kommen, machen wir natürlich wie immer ein 50 Dollar Bitcoin Giveaway, das heißt, falls ihr bei diesem Video teilnehmen wollt, abonniert hier einfach mal diesen Kanal, aktiviert mal die kleine Glocke neben dem Abonnieren Button, damit ihr nichts mehr zum Thema Kryptowährung verpasst und teilt dieses Video natürlich auch gerne mal mit euren Freunden, damit alle wissen, was jetzt oder wie es jetzt einfach weitergeht. Und ansonsten, wie gesagt, Bitcoin-Adresse kommentieren und eure Meinung zu dem Video und dann schaut auf jeden Fall morgen wieder vorbei, damit ihr wisst, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Der Gewinner vom letzten Video ist der liebe Suna Zelda und er schreibt, danke für die Infos, welchen Altcoin findest du momentan am interessantesten. Ich werde demnächst mal wieder ein Portfolio-Update bringen, wo ich ganz genau darüber rede, was für Coins, Tokens und so weiter und so fort ich zu wie viel Prozent in meinem HODL-Portfolio halte. Ich habe logischerweise ein Portfolio, was ich komplett beiseite liegen lasse, wo ich einfach nur auf die Kurssteigerung jetzt wieder warte, hat natürlich auch steuerliche Hintergründe und dann habe ich natürlich auch noch mein Trading-Portfolio. Dazu komme ich dann aber auch in diesem Video zu sprechen, das heißt, bleibt einfach mal dran, schaut euch die Videos immer an, dann wisst ihr sowieso, was Sache ist. Ansonsten, ich sende dir jetzt hier deine 50 Dollar in Bitcoin, zack, ich hoffe natürlich wie immer, du machst was draus und alle Leute, die in meinen letzten Videos gewonnen haben, naja, die haben jetzt auf jeden Fall schon über 60 Dollar in Bitcoin von mir die ganze Zeit gesendet bekommen, das heißt Glückwunsch an euch. Ja Leute, der liebe Bitlord, ein richtig, richtig nicer Crypto-Influencer auf Twitter, hat gestern bereits in seinem Talk gecallt, dass wir die 5000 Dollar heute bei Bitcoin sehen werden und ich habe eine sehr, sehr coole News vielleicht im Zusammenhang mit dem Bitlord und zwar kenne ich den Typ auch, ich arbeite momentan mit ihm an einem Projekt für euch, weil er ist sehr, sehr groß im Trading-Bereich aktiv und ihr wisst, ich hatte schon mal meine Trading-Signalgruppe und die hat auch gut funktioniert eigentlich, aber ich möchte das Ganze mit noch deutlich besseren Leuten machen. Es wird auch eine Trading-Competition geben, die ich hosten werde mit einem Preisgeld von mehreren Bitcoin für den besten Trader, der im Monat performt, das heißt, da kommen ganz große Sachen mit ein paar sehr, sehr großen Influencern im amerikanischen Crypto-Space auf euch zu mit mir, das heißt, bleibt da auf jeden Fall mal gespannt, wir haben da richtig fette Dinge geplant, damit ihr euch vielleicht nicht erst das Trading anlernen müsst oder beibringen müsst, sondern direkt von den Leuten, sag ich jetzt mal, profitieren könnt, die wirklich so Calls machen, wie jetzt der Bitlord zum Beispiel gestern, wo er gesagt hat, hey, wir gehen morgen auf 5000 Dollar, was ist passiert? Wir sind genau auf 5000 Dollar gegangen, wisst ihr, was ich meine? Das heißt, bleibt da auf jeden Fall mal gespannt, darüber gibt es dann Videos und so weiter und so fort. Natürlich, diese Projekte, ich will natürlich nicht so tun, als wäre ich jetzt hier eine Wohltätigkeitsorganisation oder sowas, natürlich bei diesen Projekten, da wird natürlich auch darauf geachtet, dass es fair gehalten wird, das heißt zum Beispiel, so eine Signalgruppe könnte auch sein, dass die dann Geld kostet oder wenn ihr zum Beispiel einfach die Trades kopiert, also wenn ihr zum Beispiel jetzt bei BitMEX seid, könnt ihr dann zum Beispiel einstellen, dass ihr automatisch die Trades von den Tradern, die ich und Bitlord uns rausgesucht haben, kopiert, sodass ihr sozusagen deren Trades einfach direkt mitmacht. Dann wird natürlich auch geschaut, dass wir da uns Teile vom Gewinn nehmen und so weiter und so fort. Das heißt, es sind natürlich Projekte, die auch in meinem finanziellen Interesse natürlich sind, aber auch in eurem. Das heißt, es wird dann halt einfach, aber ich will jetzt nicht so tun, so hey, wir werden ganz viel Gratissachen raushauen oder Sachen, wo wir nicht auch mit profitieren. Ich meine, könnt ihr euch, denke ich mal, vorstellen, aber ich glaube, das nimmt mir jetzt auch keiner übel, wenn wir uns dann da, sage ich jetzt mal, einen kleinen Profitshare mit rausnehmen, wenn wir den Leuten wirklich gute Tradingprofite und Strategien und so weiter und so fort bringen. Ansonsten, Leute, ich wollte mich heute tatsächlich nicht mehr so groß auf News fokussieren, denn dieser Pump, den hat man eigentlich wirklich, ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich gestern noch schnell das Video gemacht habe und darüber geredet habe, dass es momentan halt eben so aussieht, als würden wir halt diesen fetten Pump in Anführungszeichen haben. Denn ich glaube wirklich, viele, viele Leute haben sich dadurch einfach darauf vorbereitet, vielleicht einen Trade zu öffnen. Ich meine, es ist tatsächlich im Endeffekt, ich habe ja gestern im Video gesagt, im Optimalfall bouncen wir hier jetzt noch einmal von den 4.125 Dollar und dann geht es richtig hoch. Dann ist es auch gar nicht unwahrscheinlich, dass wir die 4.200 und 4.400 Dollar durchbrechen. Habe ich ja gestern in meinem Video gesagt, an all die Leute, die sagen so, ich mache einfach das Gegenteil von dem, was Mo macht. Naja, da hast du jetzt eigentlich so in den letzten Monaten, seitdem ich wieder aktiv Videos hochlade, jedes Mal dir eigentlich ins Gras gebissen. Also ich weiß nicht ganz genau, was das für eine Strategie ist, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall richtig, richtig nice. Wir haben diesen fetten Pump gesehen, sogar noch deutlich krasser, als ich gedacht hätte. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass wir die 4.400 und auch die 4.200 so easy durchballern. Aber ihr seht ja, die haben wir mit einem, ich meine, das seht ihr ja, wir haben die mit einem Schwung einfach komplett zerstört und sind tatsächlich jetzt erst bei den 5.200 Dollar langsam zum Stoppen gekommen, was wirklich sehr, sehr interessant ist. Natürlich hängen wir jetzt hier so ein bisschen im Schwerelosen rum. Ich werde morgen oder vielleicht sogar heute Abend ein Video dazu machen, wo wir da jetzt vielleicht auch mit dem Volume-Chart so ein bisschen Resistenzen und auch einen Support drawen können. Denn momentan, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir nochmal auf die 4.400 Dollar jetzt erst dann nochmal runterfallen. Aber momentan sieht es noch gar nicht so schlecht aus. Also wir haben hier wirklich noch relativ gutes Momentum drin, wie man sehen kann. Und ich glaube, viele Leute werden jetzt erst über den Tag herausfinden, dass dieser Pump geschehen ist und dann vielleicht sogar doch noch nachkaufen und so weiter und so fort. Glückwunsch an alle, die auf mich gehört haben. Und schon mal, weil so ein bisschen angefangen haben, Bitcoin wieder nachzukaufen, jetzt in den letzten Tagen, das hat sich bis jetzt auf jeden Fall sehr, sehr krass bezahlt gehabt. Für alle, die noch nicht eingestiegen sind, ja, ihr hättet vielleicht doch einfach mal, manchmal muss man einfach mal, man darf nicht zu lange überlegen. Das ist ganz wichtig im Cryptospace und generell beim Trading und sowas. Ihr dürft nicht zu lange überlegen. Ihr schaut euch eine Sache an und dann müsst ihr da komplett unemotional reingehen. Müsst sagen, okay, ja, es sieht eigentlich eher so aus, als würden wir hochgehen. Dann kauft jetzt nicht überlegen, aber was ist, wenn es runtergeht? Man muss manchmal einfach Entscheidungen treffen. Das ist so eine Sache, die man jetzt vielleicht hier draus ganz gut lernen kann. Ansonsten, ich wollte mir noch ganz kurz anschauen, was ansonsten so im Cryptospace oder bei den Altcoins passiert ist. Man muss wirklich sagen, Bitcoin hat tatsächlich heute die meisten Altcoins sehr, sehr krass outperformt. Wir haben natürlich so Sachen wie Nano und so weiter und so fort, die sehr, sehr gut performen. Ich muss auch sagen, was ich sehr, sehr schön finde, Nebulas holt jetzt erst richtig nach. Ihr seht schon, Nebulas rückt momentan wieder in die Top 100 vor. Ist ja meine zweitgrößte Position neben Bitcoin in meinem HODL-Portfolio. Wie gesagt, gibt es dann sowieso ein Update. Nebulas sogar nicht mal mit so einem extremen Pump wie Bitcoin, sondern hier momentan mit einem sehr kontinuierlichen Momentum. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass wir bei Nebulas jetzt über den Tag noch deutlich, deutlich weitere und bessere grüne Zahlen sehen. Das gleiche gilt tatsächlich hier auf der zweiten Seite für Ethos. Ethos macht auch wieder richtig, richtig, richtig Druck hier mit 32%. Ich meine, wir haben bei Ethos wirklich seit dem Bullenmarkt einen wirklichen geisteskranken Kursverlust gesehen. Ich meine, mein Portfolio bei Ethos sah wirklich mal aus, also das war eine geisteskranke Summe. Da haben wir natürlich ordentlich was verloren beim HODL-Portfolio. Aber da muss man wirklich sagen, Ethos ist auch immer noch ein Projekt, wo ich glaube, dass die im Cryptospace bestehen bleiben. Ich meine, das sieht man, glaube ich, jetzt hier auch wieder an den 34%, wenn man sich die mal anschaut. Die 34%, die haben wir wirklich auch mit einem kleinen Pump erwischt. Aber naja, wir haben jetzt hier auch wieder eine kleine Stabilisierungsphase und gehen jetzt hier auch weiter hoch. Das heißt, Nebulas und Ethos, zwei Altcoins, die ich immer noch sehr wertschätze, performen sehr, sehr gut. EOS hat tatsächlich dafür, dass es jetzt natürlich die letzten Tage sehr, sehr krass Bitcoin outperformt, hat nicht so einen krassen Pump mitgenommen. Muss man mal schauen, ob der noch kommt. Aber ich glaube, es wird auch langsam Zeit, weil ich glaube, jetzt kommen wieder neue Leute in den Markt. Ich habe so das Gefühl, jetzt könnte es sein, dass langsam wieder neue Leute in den Markt kommen. Und ich glaube, jetzt macht es wieder Sinn, dass ich vielleicht auch mal wieder anfange, so Projekte wie EOS, Nebulas, Ethos und so weiter und so fort. Projekte, die wir jetzt schon seit über einem Jahr im Kryptospace haben und die sich wirklich gut halten. Vielleicht macht es da jetzt wirklich Sinn, da jetzt auch mal wieder Reviews zu machen, Updates, was ist da alles passiert. Bei vielen sind wir jetzt mittlerweile schon, die haben mittlerweile ihr Mainnet gelauncht und so weiter und so fort. Die haben mittlerweile viele Sachen, wo ich vor einem Jahr noch gesagt habe, hey, die stellen doch in den Sternen, sind jetzt gekommen bei diesen ganzen Projekten. Das heißt, glaube ich, ist es auch auf jeden Fall an der Zeit, das ein oder andere Update-Video dazu zu bringen. Na ja, Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn es euch immer gefallen hat, das ist auf jeden Fall mal ein Daumen nach oben da. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren und die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button zu aktivieren, damit ihr nichts mehr zum Thema Kryptowährung verpasst. Es geht jetzt wieder richtig los. Ich lade jetzt schon seit ein paar, seit fast zwei Wochen jetzt eigentlich wieder aktiv, jeden Tag ein Video hoch. Lasst natürlich gerne ein Abo da, aktiviert die kleine Glocke, schreibt mir eure Bitcoin-Adresse und eure Meinung zu diesem Video in die Kommentare und dann verpasst ihr auch nichts mehr, wie das Ganze hier weitergeht und bekommt dann auch das eine oder andere Review mit und vor allen Dingen die Projekte, die ich jetzt mit den amerikanischen Twitter-Influencern und sowas momentan am Starten bin oder die jetzt schon tatsächlich seit ein paar Wochen jetzt, momentan beim Aufbau sind. Da könnt ihr euch auf jeden Fall gespannt machen. Da kommt eine ganze Menge coole Sachen auch auf euch zu. Vor allen Dingen auch für die Trading-Anfänger kommt ein viel Kram dazu. Für Leute, die das erste Mal investieren, aber auch für sehr erfahrene Trader mit den Trading-Competitions und sowas. Da baut der Bitlord auch gerade eine sehr, sehr interessante Plattform und das wird auf jeden Fall ziemlich geil. Das heißt, bleibt einfach mal am Start. Ich wollte jetzt einfach mal so ein kleines, geiles Update bringen. Gar nicht so viel auf News eingehen. Das machen wir morgen wieder und wollte einfach mal so ein bisschen schauen, was abgeht, was für Resistenzen, was für Supports wir durchbrochen haben im Endeffekt und wie es jetzt momentan aussieht, wie es weitergeht. Vielleicht kommt heute sogar noch ein zweites Video. Muss ich mal schauen. Aber ansonsten, ich wünsche euch jetzt noch einen ganz schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Vielleicht, viele von euch werden es vielleicht gerade in ihrer Mittagspause sehen. Das heißt, viel Spaß noch bei eurer Arbeit jetzt für den restlichen Tag. Oder ist halt, nee, okay, es ist gerade kein Wochenende. Leute, dadurch, dass ich, ich verliere immer das Gefühl für Wochentage. Deshalb, ich hätte jetzt auch sein können, dass Sonntag ist. Dann rede ich irgendwas von der Mittagspause. Aber nein, heute ist auf jeden Fall ein Arbeitstag. Das heißt, euch allen noch sehr, sehr viel Spaß heute. Ich glaube, mit dem Video geht ihr jetzt vielleicht richtig positiv in eure Arbeit wieder rein und seid da auch nochmal richtig produktiv. Verdient einfach nochmal ein paar Extrastunden Cash, die ihr jetzt nochmal schnell in Bitcoin haut, bevor es wieder richtig losgeht. Aber nein, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns. Lasst euch nicht zu sehr von der Euphorie packen, auch wenn mein letzter Part hier in dem Video jetzt gerade nicht sehr hilfreich dabei war. Ansonsten sehen wir uns morgen oder später wieder. Haut rein. Ciao. Ciao.